Mein Name ist Frank Schwader, ich bin 54 Jahre alt, wohne im ostwestfälischen Löhne, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit 01.04.2023 als selbstständiger Personalberater bei Expert Curious. Ich kann auf eine fast 30-jährige Vergangenheit im technischen Vertrieb zurückblicken, wo ich angefangen habe als Katalogverkäufer oder Vertriebsingenieur, später als zertifizierter und klassischer Key Account Manager, als Business Development Manager und als Leiter Vertrieb der Region Nord. Jeder Kandidat wird von mir individuell behandelt, wo ich mir sehr viel Intensivzeit nehme, um eben dieses Gespräch auf Augenhöhe zu gestalten und vor allem die Person, die hinter dem Lebenslauf steht, besser kennen zu werden. Unternehmen können von mir erwarten, wenn sie klar positioniert sind, dass ich in der Lage bin, genau die passenden Menschen zusammenzuführen, die zu dem Unternehmen passen. Ebenso nehme ich mir für die Unternehmen Zeit, deren Firmenabläufe, deren interne Prozesse, deren interne DNA kennen zu lernen, um eben genau diese passende Mentalität mit den Mentalitäten der Kandidaten zu vergleichen und intensiv zu prüfen und dann zusammenzuführen.